Wir haben das 3D-Scanning seit zwei Jahren bei uns im Betrieb erfolgreich im Einsatz. Wir verwenden es für den Graben-Rohrleitungsbau, um die Graben perfekt auszunehmen und die Vorfältigung zu ermöglichen. Wir gehen zum Kunden und machen Anlagenaufnahmen. Wir machen Vorplanungen für Kurzmontagezeiten vor Ort. Oder wir machen Konzeptvisualisierungen von geplanten Projekten für den Kunden. Bei uns ist es so, dass wir nicht nur 3D-Scannen, sondern dazu auch noch die entsprechenden A-Schnür-Leistungen erbringen können. Wir können aus Sicht vom Anlagenbau, vom Rohrleitungsbau, aber auch vom allgemeinen Maschinenbau zusätzliche Inputs in diesen Scan reininterpretieren, die entsprechenden Modelle aufziehen und deshalb eine sehr hohe Praxisrelevanz für den Kunden generieren. Der Vorteil für den Kunden ist ganz klar, dass wir die Durchlaufzeiten bei ihm minimieren können. Durch den kürzenden Anlageunterbruch haben wir die Möglichkeit, diese Unsicherheit während der Bauplassen zu minimieren. Und deshalb auch die Planbarkeit in den Projekten, um einiges zu erhöhen. Die Daten sind bei uns auf unserem CAD-Server abgelegt. Und wir können die Daten per Cloud in allen gängigen Formaten liefern. Diese Technologie eröffnet uns die Möglichkeit einer komplett neuen Zusammenarbeit. Wir können die Teile vorfertigen und so den Umbau speziell in schwierig zugänglichem Gelände möglichst kurz halten. Wenn man eine Baustelle von Hand aus misst, hat man oft das Problem, dass man genau die wichtigste Passage übersieht. Mit dem 3D-Scanning ist es uns möglich, jeden Teil von der Baustelle mit nach Hause ins Büro zu nehmen. Es ist etwas vom Schlimmsten beim Ausmessen, wenn man dieses eine Mass vergisst und danach denkt man, Ah, hätte ich doch das noch gemacht, dann wäre ich, wenn meine Daten nicht komplett. Mit dem 3D-Scanning entfällt dieses Problem. Für die Montagecrew ist das 3D-Scanning ebenfalls ein riesen Mehrwert. Denn wir können zusammen am Computer jede Montage, jede Baustelle, egal wo in der Schweiz, vorbesprechen und können diese zusammen detailliert planen. Deshalb haben wir alles Equipment auf der Baustelle und können so einen reibenslosen Ablauf garantieren. Die ASF Move AG konnte mit dem 3D-Scanning die Montagezeiten zum Teil halbieren, Fahrten und Transporte auf die Baustelle minimieren und wir konnten mit weniger Equipment vor Ort gehen und so einen Mehrwert für alle Beteiligungen ermöglichen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.